Hey, wenn das nicht Sack-Sack ist, da fällt mir noch ein Ei aus der Hose. Toll. Münchens berühmtester Modeschöpfer. Und auch der Einzige. Jetzt muss ich auch mal ganz blöd fragen, wa? Aber arbeiten Sie hier nebenbei als Bademaster? Ja, das ist doch keine Arbeit, nicht? Das ist für mich das reinste Vergnügen. Na, wie ich einmal Baywatch im Fernsehen gesehen habe, da wollte ich sofort Lebensretter werden. Ja, 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 der ganze Strand voller Mädels in engen roten Badeanzügen, mein lieber Scholli. Und dann erst dieser David Häselnuss. Na, wer würde da nicht gern einmal 20 Minuten unter Wasser bleiben für eine Mut-zu-Mut-Beatmung? Hahahaha. Hicke. Hilfe! 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 Ich kann nichts. Hilfe! 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 Für Gottes Willen, da säuft jemand ab! Hilfe! Die müssen Sie da rausholen! Ja, da rausholen, da rausholen! Sie sind ja lustig. Was glaubst du, wie lange ich in der Früh immer an meiner Frisur sitze? Warte, für eine Frisur! Ja, das ist doch ein Blinder, das hätte eine Perücke ist! Was? Perücke? Ja, sie ist selten großes Rindvig. Das brauchen wir doch von Ihnen in den Zorn zu lassen, dass diese Perücke ist! Ja, sie Dreck! Oh! Entschuldigung! Seid ja nicht so gemein! Mann! Trischt hier auf mir rum! Sie sollten mal lieber zusehen, dass Sie die Frau da retten! Ja, das... glaub ich, hat sie jetzt eh erledigt! So!